Matthias, nach einem Dreivierteljahr Sponsoring für deine Firma habe ich heute doch endlich angefangen, Haushaltsbefragungen durchzuführen. Also ich verzweifle hier ein bisschen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. So ganz funktioniert das vielleicht nicht. Hups, wo kommen denn die Ordner her? Ey, das lief ja spitze. Das war ja ein richtig geiler Termin. Ich danke dir für dein geiles Programm. Und wenn man es anwendet, funktioniert es doch wirklich. Ich sage das allen weiter. Danke, danke. Bis dann. Tschüssi.